So ihr Lieben, sagt Hallo zu unserem Mein-Maler-Schild. Da ist es. Schaut mal genauer hin. Dieser kleine Freund hier kriegt jetzt gleich einen großen Bruder. So, es ist vollbracht. Hier ist nun der große Bruder. Ja, vom kleinen Schild. Wir haben hier unser Heimspiel untergebracht. Und das wird auch unser Heimspiel, denn das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes, exponiertes Projekt. Wir freuen uns da richtig drauf und wir hoffen, dass wir mit unserem kleinen Gruß hier vielen, vielen, vielen Bremern, die hier jeden Tag im Stau stehen, ich zeige es mal, eine kleine Freude machen. Wir freuen uns da, wie wir uns hier sehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020